Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Webkonferenz im Namen des Momentative e.V. Unsere heutige Abendveranstaltung steht unter dem Motto MMT und Vollgeld auf der Suche nach Gemeinsamkeiten. Für alle, die nicht wissen, was MMT ist, ist es die Modern Monetary Theory, ist es in aller Munde. Und wir haben heute mit Maurice Höfgen mit Sicherheit einen der deutlich prominenteren Vertreter in Deutschland zu Gast. Wir sehen auch schon sein aktuelles Buch Mythos Geldknappheit. Ich habe es auch in physischer Form hier. Ich kann es nur empfehlen. Ganz ehrlich, ich habe viel davon gelesen. Ich habe es noch nicht komplett gelesen, aber alles, was ich bisher las, großes Kompliment, Maurice, auch vor dem Hintergrund, dass das ganze Thema Geld, Geldsystem, Fragen um die Geldschöpfung häufiger sehr, sehr schwierig, plausibel darzustellen ist. Und ähnlich wie das Buch The Deficit Miss von Stephanie Kelton in den USA denke ich, dass das sehr, sehr gut gelungen ist. Und das ist ja, ich denke, im Sinne von allen. Und ja, auf der Suche nach Gemeinsamkeiten, auch vor dem Hintergrund, dass das Spektrum an Menschen, Initiativen, Denkrichtungen, die sich unser Geld kritisch und auch aus einer Reformperspektive anschauen, leider immer noch nicht so groß ist in der Ökonomie und auch in der Politik, wie das der Fall sein sollte, gemessen an den Problemen, aber auch Potenzialen, die in dem Feld liegen, ist dem MMT und auch das Vollgeld mit Sicherheit zwei starke Strömungen, die auch erst vor kurzem in dem Makroskop-Spotlight so ein bisschen in den Ring gestiegen sind, könnte man sagen. Zwar respektvoll und mit offenem Visier und das ist ja auch in der Wissenschaft, in der Debatte wichtig und gut. Trotzdem sollte man, glaube ich, versuchen sich auch, gerade da beide aus einer Blickrichtung, aus einem Gesellschaftsbild kommen, das zum Ziel hat, Geld zum, nicht mehr zum Zweck zu machen, sondern zum Mittel, zum Zweck, um der Gesellschaft, den Menschen ein möglichst stabileres Geldsystem, ein sicheres, ein gerechteres und vielleicht auch ein potenzialorientiertes System zu ermöglichen. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass es besonders wichtig ist, dass sich da verschiedene Denkrichtungen austauschen. Das machen wir heute. So viel von mir. Maurice, wir sind noch im Alter, da kann man sich schnell duzen. Deswegen freut mich, dass du da bist und herzlich willkommen und dann übergebe ich dir auch direkt das Wort. Ja, vielen lieben Dank, Simon. Vielen lieben Dank auch für die netten Worte zum Buch. Das freut mich, wenn das auch als pädagogisch wertvoll wahrgenommen wird, wenn man selber tief in so Themen drin ist. Es ist immer was anderes, das auch sozusagen zu vermitteln und rüberzubringen. Und das ist natürlich auch bei mir ja noch ein Lernprozess. Aber schön, dass es dann mit dem Buch da schon mal gut geklappt hat. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich freue mich. Ich habe selber bei dem, du hast ihn als in den Ringsteigen bezeichnet, bei Makroskop, hier selber auch teilgenommen. Und ich finde es schön, dass wir das hier mit heute fortfahren. Es ist wichtig, glaube ich, für die Sache und den Inhalt, dass man inhaltlich auch diskutiert und meinetwegen auch hart in der Sache und den Argumenten, aber gleichzeitig eben das große Ganze auch nicht aus dem Blick verliert und dass man sich doch näher ist, als es manchmal doch den Anschein macht. Und in dem Sinne soll auch mein Vortrag sein. Du hattest eben die Gemeinwohlperspektive schon erwähnt als Motiv, was Vertreter von beiden in Anführungszeichen Strömungen und Denkschulen eint. Das sehe ich ganz genauso. Und mein Vortrag wird eben so aufgebaut sein, dass ich vielleicht erst mal die MMT-Perspektive darstelle und hinten raus dann aus meiner Sicht, wo wir sozusagen nah beieinander sind und wo vielleicht die Differenzen sind und das dann als Diskussionsgrundlage. Ich schicke immer ein MMT-Disclaimer vorweg, nenne ich das. Und zwar, um zu sagen, dass die MMT sich als analytische Linse verstanden wissen möchte, die, wenn man sie benutzt, dazu hilft, das Geldsystem und die monetären Zusammenhänge in der Wirtschaft besser zu verstehen. Das ist wie quasi im Biologieunterricht eine Linse, durch die man dann schaut und ein bisschen scharf stellen muss entsprechend und dann erkennt man gewisse Sachen, die halt auf dem Mikroskop liegen, besser oder auch schlechter. Das macht die MMT jetzt quasi für das Geldsystem. Das heißt auch, dass sie eben kein politisches Regime ist. Sie ist nicht per se links oder rechts. Ihre Erkenntnisse kann man aber nutzen, ich will eben nicht einführen, aber nutzen, wenn man sie mit politischen Werten kombiniert, um zu Reformvorschlägen zu kommen. Das ist ja auch das, was ich in meinem Buch gemacht habe, wo der erste Teil eigentlich, also ich sage, ziehe das Buch von vornherein ja politisch auf mit meinen eigenen politischen Werten, die man als links progressiv beschreiben würde und stülpe dem quasi das technische MMT-Verständnis über und komme dann zu Reformvorschlägen. Die beeinflussen natürlich auch alles, was ich heute sagen werde. Die Methodik, woher weiß der MMT das, was sie weiß? Also die Grundlage allem ist eigentlich die Logik der doppelten Buchführung oder der Bilanzierung, die vielen von euch sicher auch bekannt ist und das dann nachher auch aggregiert in sektoralen Bilanzen etc. pp. Die Kernbotschaften. Die wichtigste Kernbotschaft ist eigentlich, dass die Reihenfolge aus Steuern und Staatsausgaben, die man sonst so im Mainstream annimmt, nämlich das Steuern und Staatsausgaben finanzieren, umgedreht wird, indem die MMT halt klar macht, Steuern können nur bezahlt werden, wenn der Staat vorher seine Währung in den Umlauf gebracht hat. Wenn nicht so wie im Kino erst seine Tickets ausgibt, um die dann am Eingang einzusammeln, muss der Staat erst seine Währung in den Umlauf bringen, entweder per Ausgaben oder per Zentralbankkredite im heutigen System, um seine Ausgaben tätigen zu können. Früher war das noch recht simpel, als Könige doch ihre eigenen Münzen geprägt haben, eigene Visage drauf gemacht, rausgegeben und die dann wieder eingesammelt haben bei der Steuer. Heute mit dem zweistufigen Geldsystem, was wir haben, ist alles ein bisschen komplexer. Die Logik ist aber weiterhin dieselbe. Was folgt daraus? Daraus folgt, dass eben ein Staat in seiner eigenen Währung nicht pleite gehen kann. Daraus folgt, dass er in seiner eigenen Währung alles kaufen kann, was in seiner eigenen Währung zum Verkauf steht. Also zum Beispiel alle Arbeitskräfte, die beschäftigt werden möchten und ihre Arbeit gegen die staatliche Währung anbieten, etc. pp. Das führt zu der analytischen Unterscheidung zwischen Währungsherausgeber und Währungsnutzer. Beide agieren unter völlig verschiedenen Logiken. Also ein Währungsnutzer wie wir zum Beispiel oder auch wie ein Unternehmen, es muss erst Einnahmen generieren, bevor es Ausgaben tätigen kann. Das heißt auch, dass ein Währungsnutzer in seinen finanziellen Kapazitäten begrenzt ist. Er muss seine Arbeit anbieten, um Lohn zu beziehen und kann Kredit aufnehmen oder kann auch seine Vermögenswerte verkaufen. Erst dann kann er Ausgaben tätigen und seine Kreditwürdigkeit ist natürlich begrenzt. Ein Währungsherausgeber wiederum muss eben, wie gesagt, erst ausgeben, bevor er einnehmen kann. Das heißt, er agiert nicht unter einer solchen Knappheit und hat eben kein Insolvenzrisiko in eigener Währung und ist deswegen, agiert unter völlig verschiedenen Voraussetzungen. Beides muss man getrennt voneinander analysieren. Ganz kurz die Frage, warum ist das Währungsmonopol für einen Staat wichtig und was ist das Motiv, eine eigene Währung herauszugeben? Da ist halt aus Sicht der MMT das stärkste Motiv eben, dass er einen Staat für öffentliche Aufgaben, also zum Beispiel für Bildung, er braucht Lehrer, er braucht Leute, die bei der Polizei arbeiten, Feuerwehrmänner etc. pp., dass er die eben für die Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben beschäftigen kann. Die Steuer, die er dann auch in seiner eigenen Währung erhebt, erzeugt eine Nachfrage nach der Währung, das habt ihr sicherlich auch schon alle einmal gehört und das Währungsmonopol versetzt den Staat dann in die Lage, die Leute damit anzustellen, eben um seine öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Dann ist selbst jeder Währungsherausgeber aber nicht gleich, sondern man unterscheidet, MMT nutzt hier analytisch als Tool das Spektrum monetärer Souveränität und das wiederum bestimmt den wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum eines Staates, will sagen, die USA ist nicht gleich, Japan ist nicht gleich, Italien ist nicht gleich Panama. Gibt es vier Kriterien, gibt ein Staat seine eigene Währung raus, kann er seine eigene Steuer erheben, geht der Fremdwährungsverschuldung ein und hat einen flexiblen oder einen fixen Wechselkurs und je nachdem, wie all diese Parameter beantwortet werden, ist ein Staat eben souveräner oder weniger souverän und je souveräner er ist, desto größer der Handlungsspielraum. Dann ein Punkt und der ist, glaube ich, für die heutige Diskussion sehr wichtig, ist, dass die Art der Staatsfinanzierung, in Anführungszeichen, weil die MMT natürlich nicht von Finanzierung spricht, einfach aus dem Grund, dass ein Herausgeber keine Mittelherkunft braucht, um Ausgaben zu tätigen und Finanzierung heißt ja Mittelherkunft. Die Art der Staatsfinanzierung ist funktional irrelevant für das Ergebnis. Das will sagen, ob Olaf Scholz seine Anleihen über Banken, an Banken verkauft, um damit an Zentralbank Geld zu kommen oder ob er die direkt an die Zentralbank verkauft oder ob er sein Konto bei der Zentralbank überziehen könnte, komplett ohne Anleihen. Die Bilanzen am Ende des Tages sehen identisch aus, nur wenn er die Banken mit einbezieht, werden die, in Anführungszeichen, gepampert, weil sie risikolose Zinsgewinne machen können und in den anderen Varianten halt nicht, aber das ist sozusagen unabhängig davon, dass Bilanzen am Ende des Tages leicht aussehen. Dann noch ein relativ trivialer Punkt, die Staatsbilanz, also man könnte auch Haushalt sagen, aber Haushalt ist eben so eine irreführende Metapher, ist abhängig davon, was Privatsektor und Ausland macht. In Deutschland haben wir zum Beispiel einen großen Exportüberschuss, das heißt, es kommt mehr Nachfrage von außen rein, als quasi inländische Nachfrage abfließt. Das bedeutet, dass der Privatsektor, der üblicherweise einen Einnahmeüberschuss fahren will, weil er für die Zukunft sparen will, wenn etwa der Kühlschrank kaputt geht, darauf wollen wir als Privatperson vorbereitet sein. Je nachdem, wie die Ausgaben- und Einnahmebilanz der beiden Sektoren ist, ist die Staatsbilanz abhängig davon. Ja, also wenn ein Staat, der kann sich nicht vornehmen, einen Überschuss zu fahren, weil wenn er sich das vornimmt und zum Beispiel seine Ausgaben kürzt, dann schmiert die Wirtschaft ab, dann schmieren die Steuereinnahmen ab, weil die Privaten weiter sparen wollen, Unsicherheit, dann kürzen die ihre Konsumausgaben und dann erfüllt er, erzielt er vielleicht sein Ziel gar nicht. Ja, also er ist abhängig davon, was andere Akteure machen. Da muss man zwischen Funktionsweise und politischen Regeln unterscheiden. Die Schuldenbremse ist so eine politische Regel, die nicht sinnvoll ist, weil sie eben die Funktionsweise des Geldsystems behindert oder hemmt. Ja, und die politischen Regeln sollten im Idealfall so sein, die auch nachher Thema sein, dass wir eben die Funktionsweise des Geldsystems optimal nutzen können, ja, aufs Gemeinwohl ausgerichtet. Und diese politischen Regeln sind zum Teil willkürlich, ja, und unterschiedlich verhandelbar. Manche sind in die Verfassung geschrieben, manche nicht. Einfach nur einfache Gesetzgebungen sind also veränderbar. Dann, nur weil ein Staat eben nicht auf die Einnahmen durch Steuern angewiesen ist, um seine Ausgaben tätigen zu können, heißt es nicht, dass Steuern unwichtig sind. Die sind sehr wichtig, haben vier Funktionen, nämlich zum einen Nachfrage nach der Währung herstellen, die Konjunktur zu steuern, die Ungleichheit zu adressieren und auch eben Verhaltensanreize zu setzen. Also zum Beispiel jetzt Steuer auf Zigaretten, da habe ich zuletzt erst gelernt, wie hoch der Anteil tatsächlich ist, also wie viel quasi die Steuer am Endpreis der Zigarettenstattel ausmacht und war verwundert, dass das so viel ist. Also da ganz klar gesundheitspolitisches Ziel, das Verhalten zu beeinflussen. Dann aus den Erkenntnissen ergibt sich nachher, dass, wenn man die Konjunktur steuern will, ist die Fiskalpolitik viel effektiver als die Geldpolitik. Also für mich, um von den Begriffen klar zu sein, gibt es einen Oberbegriff Finanz- oder Wirtschaftspolitik und dazu zählt dann die Geldpolitik, Fiskalpolitik und meinetwegen die Handelspolitik. Und Geldpolitik ist dann vor allem, den Zins zu setzen und die Preise auf dem Kapitalmarkt zu beeinflussen. Fiskalpolitik ist Steuern und Ausgaben und Handelspolitik lassen wir heute mal außen vor. Und letzter Punkt, die EZB ist in der Lage, das Zinslevel zu bestimmen. Das macht sie, indem sie festlegt, zu welchem Zinssatz die Banken auf dem Interbankenmarkt ans Zentralbankguthaben kommen und das wiederum bestimmt sozusagen kurzfristigen Zins. Und am langen Ende, so nennt man das, kann sie auf dem Kapitalmarkt die Preise für Anleihen etc. auch beliebig bestimmen, weil sie eben unbegrenzte Feuerkraft in Euro hat und dadurch Angebot und Nachfrage dieser Anleihen immer so in Einklang bringen kann, dass eben das gewünschte Preisniveau erreicht wird. Soviel zu den Kernbotschaften. Ein paar will ich jetzt nochmal kurz vertiefen. Also hier in reduzierter Form einmal Wirtschaftspolitik, wir haben Fiskalgeld- und Handelspolitik, Fiskalpolitik, Staatsausgaben und Steuern. Steuern ziehen Geld aus dem Kreislauf raus, Ausgaben rein, ähnlich so bei Importen, da geht quasi die Nachfrage ins Ausland, bei Exporten kommt die Nachfrage rein und dann haben wir den Privatsektor, Konsum- und Investitionsausgaben gehen in den Kreislauf rein, Ersparnisse raus. Bei Privat haben wir natürlich auch die Banken, die da Geld schöpfen, die die Geldpolitik quasi zu beeinflussen versucht und daraus ergibt sich dann eben die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Defizite und Staatsschulden aus MMT-Sicht. Also die Staatsschulden und die Defizite sind keine diskretionäre Größe, die der Staat mal eben einfach so festlegen kann, sondern die sind abhängig davon, was der Privatsektor, ist ja noch vereinfacht, ohne Ausland oder halt das Ausland macht, also letztlich die anderen Akteure in der Wirtschaft. Defizit des Staates bedeutet, er zieht über Steuern mehr Geld raus, als er über Ausgaben reingibt. Das bedeutet, dass der Privatsektor eben oder der nicht staatliche Sektor wäre korrekt, wenn man Ausland ausnahmet, der Privatsektor eben mehr einnimmt, als er an Steuern zahlen muss. Das heißt, das Defizit des Staates gleicht dem Überschuss des Privatsektors. Und andersrum, die Debatte kommt ja in Deutschland jetzt, wenn die Schuldenbremse wieder zurückkommt und man 20 Jahre Überschüsse fahren will, um die in Anführungszeichen Corona-Schulden zu tilgen, dann ist der Überschuss des Staates eben das Defizit des Privatsektors, der verliert dann Einkommen und Ersparnisse. Und die Bewertung davon, ob ein Defizit groß genug ist oder ob Staatsschulden hoch oder weniger hoch sind, ist halt total kontextabhängig. Deutschland und Norwegen haben hohe Exportüberschüsse, da kann der Staat vielleicht auch mit einem Überschuss ausreichend Nachfrageimpuls geben, um Vollbeschäftigung zu erreichen. In Ländern mit einem Importüberschuss ist es eben anders, nicht der Fall. Gegenteil. Und die MMT versteht die Staatsschulden als die angesammelten Defizite aus der Vergangenheit oder anders formuliert, all die Euro, die der Staat in die Wirtschaft hineingegeben hat, aber noch nicht mit Steuern wieder herausgeholt hat, die also in der Wirtschaft verbleiben, dort als Ersparnisse irgendwo hocken. Und deswegen nennt die MMT die Staatsschulden auch Steuergutschriften oder Steuergutscheine. Ja, die können dafür genutzt werden, um in der Zukunft die Steuerpflicht zu erfüllen. Und daraus ergibt sich, dass die Zielgröße für Ausgaben eben nicht eine nominale Finanzkennzahl sein soll oder ein Buchhaltungsergebnis, sondern sollen funktionale Ziele sein, abhängig von der Ressourcenauslastung. Das heißt, wenn keine Vollbeschäftigung herrscht oder Vollbeschäftigung wäre zum Beispiel ein funktionales Ziel, ökologischer Umbau und natürlich auch Preisstabilität. Ja, sie können auch ein Inflationsziel haben. Genau, kurz zur Inflation. Einfach, weil ich aus meiner Wahrnehmung, dass eben auch ein relevanter Punkt in der Vollgelddiskussion ist. Die MMT würde nicht sagen, dass Inflation von Geldmenge abhängig ist und auch nicht durch Geldmengensteuerung verändert werden kann, sondern für die MMT, das ist sehr nah angelehnt am Postkensianismus, ist Inflation vor allem ein Verteilungskonflikt. Ja, also es werden Güter produziert, quasi ein Kuchen und dann rangeln sich alle Teilnehmer, klassischerweise Kapital und Arbeit, also Unternehmer und Beschäftigte, darum, wer größere Stücke vom Kuchen haben will. Und wenn zum Beispiel die Beschäftigten mit ihren Gewerkschaften höhere Löhne durchsetzen, dann ermöglicht es denen, einen größeren Stück vom Kuchen zu bekommen. Wenn die Arbeit, dass die Kapitalseite das nicht zulassen will und dann die Preise erhöht, dann ist das quasi der Abwehrmechanismus und am Ende sind wieder beide gleich. Und das kann halt die sogenannte Lohnpreisspirale auslösen, dass halt Beile um ein größeres Stück vom Kuchen feilschen und der sozusagen damit teurer wird. Inflation ist vor allem definiert nicht als einmaliger Preiseffekt, sondern als wirklich dauerhafter Anstieg des Preislevels, eben genau vor allem durch diese Lohnpreisspirale oder Preislohnspirale. Es geht auch andersrum. Von welcher Seite kann die befeuert werden? Da unterscheidet man zwischen Angebots- und Nachfrageseite. Angebotsseite wäre zum Beispiel Ölpreisschock oder höhere Löhne oder schlechte Ernten. Nachfrageseite wäre zum Beispiel, wenn die Gesamtnachfrage deutlich größer ist als die produktive Kapazität der Wirtschaft. Also wenn wir jetzt alle zum selben Bäcker rennen und der hat aber nicht genug Kapazitäten, um genug Brötchen zu backen, dann ist eben da die Nachfrage größer als die produktive Kapazität und dann ist der Anreiz da, die Preise zu erhöhen. Man muss aber ganz klar sagen, dass die angebotsseitige Inflation in den letzten Jahrzehnten deutlich relevanter war als die Nachfrageseite. Einfach aus dem Grund, dass wir die Wirtschaft halt nicht voll ausgelastet haben. Permanente Arbeitslosigkeit etc. Genau. Der Staat hat einen sehr großen Einfluss auf das Preislevel, weil er maßgebliche Komponenten und Einflussgrößen bestimmt. Den Zins, die Arbeitslosenquote, die Steuern, er bepreist öffentliche Güter, steuert die Konjunktur und natürlich auch Regulierung zum Beispiel, was Wettbewerbsrecht angeht, Kartellregelungen etc. pp. Also Monopol haben zum Beispiel eine deutsche Euro-Preissetzungsmacht. All das beeinflusst das Preislevel. Und eine Hyperinflation zum Beispiel gibt es eigentlich nicht ohne einen vorhergegangenen Angebotsschock. Das ist sowohl in Deutschland als auch in Zimbabwe der Fall. Die EZB wiederum mit ihrer Geldpolitik, da sage ich euch auch noch zwei, drei Worte zu, ist mit dem Mandat, Preisstabilität und eine Inflationsrate von zwei Prozent zu erreichen, massiv überfordert. Und da helfen, warum ist das so? Naja, mit ihrer Geldpolitik versucht sie ja quasi den Privatsektor dazu zu bringen, Kredite aufzunehmen und dann zu investieren. Gerade Unternehmen nehmen aber keine Kredite auf, wenn sie nicht erwarten können, dass sie, wenn sie an die Ausweitung ihrer Produktion investieren, dass sie das auch absetzen werden. Ja, also es ist vielmehr abhängig von Nachfrage und der Erwartung, mehr Geschäft abzusetzen und nicht so sehr abhängig davon, wie viel dann der Kredit kostet. Die Lösungen für Inflation der MMT, also ex ante wäre das, eine Fiskalpolitik eben nicht an nominalen Größen festzumachen, sondern an der Auslastung, dass man schaut von, platt gesagt, von Meckbombe bis Bayern, wie viele Straßenbauer, welche Straßenbauer sind wie ausgelastet und können wir jetzt noch Straßen bauen und wo können wir Straßen bauen und da sollte man dann eben die Ausgaben von abhängig machen und dann ex post, also wenn quasi Inflation auftritt, automatische Stabilisatoren zu haben. Das ist zum Beispiel eine progressive Einkommenssteuer, die, wenn die Wirtschaft brummt und die Einkommen steigen, dann steigen die, werden die Steuersätze höher und bremsen quasi die Wirtschaft aus. Also das auch nochmal, Ausgaben sind quasi das Gaspedal für die Fiskalpolitik und bremsen das, das Bremspedal, sorry, steuern das Bremspedal. Wofür steuern? Das hatte ich eben schon, also Währungsnachfrage, Konjunktursteuerung, Ungleichheit, Korrigierung, Verhaltensweisen, Steuern. Das ist mir ein sehr wichtiger Punkt. Also die MMT, nie, kein MMT in dieser Welt würde den Satz durchstreichen, dass er irgendwie Steuern abschaffen würde oder Steuern unwichtig sind, ja. Sind eben nur unwichtig für den Währungsherausgeber in Sachen Finanzierung, aber sind trotzdem sehr bedeutsame Steuerungsgröße. Jetzt eine kleine abstrakte, ein kleiner abstrakter Part. Was ist Geld und wie funktioniert das Geldsystem? Und jetzt kommt das Buzzroot, was uns wahrscheinlich alle aus den Sitzen erheben wird, nämlich der Schuldschein. Was ist Geld? Sicht der MMT ist, dass Geld eine Schuldbeziehung definiert und Geld damit das Wesen des Geldes ist, ein Schuldschein zu sein. Das ist eine soziale Recheneinheit, die eben die Schuldbeziehung zwischen einem Schuldner und einem Gläubiger definiert. Dabei ist sozusagen die Schuldbeziehung aufgeteilt in Forderungen und Verbindlichkeiten. Der eine schuldet was, der andere bekommt was geschuldet. Und deswegen, es funktioniert auch nur, wenn mindestens zwei Parteien daran beteiligt sind. Wenn ich alleine auf einer Insel bin, dann kann ich mit niemandem Handel treiben, dann kann ich niemandem irgendwelche Waren mit Geld abkaufen, weil, ja, das bedeutet einfach ohne Schuldner gibt es keine Gläubiger. Und da die Forderungen, die Verbindlichkeiten logischerweise zwei Seiten einer Medaille sind, bedeutet das auch, die Netto-Schulden der Welt sind genau gleich Null. Das ist rein deduktiv und logisch. Ähnlich so wie zum Beispiel die Handelsbilanz der Welt gleich Null ist, weil wir nicht mit dem Maß Handel treiben. Und das Wirtschaftsleben ist, bei jeder Transaktion im Wirtschaftsleben werden verschiedene Schuldbeziehungen eingegangen oder auch gelöscht. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe und eine Wasserflasche aus dem Regal nehme, dann entsteht mir in dem Moment quasi eine Schuld, weil ich dem Supermarkt dann die Bezahlung dieser Wasserflasche schulde. Ja, das hole ich dann an der Kasse nach. Wenn ich dann an der Kasse bin, dann... Irgendjemand, glaube ich, noch sein Mikro an. Wenn ich dann an der Kasse bin, dann fordert der Supermarkt von mir eine Bezahlung entweder mit Giralgeld, also dann mit der Bankkarte zum Beispiel, oder mit Bargeld. Theoretisch könnte ich aber auch, wie es vielleicht früher in der Kneipe noch gang und gäbe war, einfach anschreiben lassen. Ja, ich sage dem Supermarkt, ich zahle wann anders, schreibe quasi auf dem Papier hier, ich schulde dir eine Wasserflasche und gebe ihm das, also einen privaten Schuldschein ausgeben. Das Problem ist nur, mit dem privaten Schuldschein kann er nichts anfangen, weil er auch seinen Lieferanten bezahlen muss. Und der Lieferant hat keine Beziehung zu mir, also warum will er sozusagen Gläubiger von mir werden? Da hat er kein Interesse dran, ja. Das heißt, deswegen fordert der Supermarkt eben die Bezahlung in Bank, Bankgeld oder eben Staatsgeld. Und hier ist aber wichtig, dass sozusagen meine Schuld gegenüber dem Supermarkt, ja, wenn ich die Wasserflasche bezahle, dann bezahle ich halt, anstelle mit meinem eigenen Schuldschein zu bezahlen, bezahle ich eben mit einem anderen Schuldschein, ja, einen Schuldschein des Staates oder einen Schuldschein der Bank. Die Frage des Supermarktes ist also, wessen Gläubiger will er werden, ja, weil wenn ich eben mein Bankguthaben übertrage, wird er Gläubiger der Bank. Er hält Girald-Guthaben bei der Bank. Andersrum, wenn er Bargeld hat, ist er quasi Gläubiger. Oder des Staates oder der Zentralbank. Hier will ich jetzt auch nochmal sagen, oder es kommt im nächsten Punkt. Also jeder kann quasi Schuldscheine erzeugen, das ist, was Minsky schon gesagt hat. Jeder kann quasi damit auch Geld erzeugen. Aber wann wird quasi aus einem Schuldschein wirklich Geld? Dann, wenn es akzeptiert wird. Und das ist eben der kritische Part. Wie kriegt man jemanden dazu, das zu akzeptieren? Und auch die Frage, was ist sozusagen das Versprechen, was ich mit einem Schuldschein gebe? Es ist nicht das Versprechen, in der Zukunft irgendwas anderes zu liefern, ja, sondern das ist vielmehr das Versprechen, den eigenen Schuldschein, den man rausgibt, zur Tilgung von Schulden, die dann dem Herausgeber gegenüber entstanden sind, zu akzeptieren. Ein Beispiel zu geben, das war jetzt sehr abstrakt. Wenn ein Pizzabaker einen Pizzagutschein rausgibt, dann sagt er quasi damit, ich akzeptiere diesen Gutschein, wenn dir, lieber Halte des Gutscheins, Schulden mir gegenüber entstehen. Zum Beispiel, wenn du eine Pizza bei mir bestellst. Und genauso ist es zum Beispiel am Staat. Der Staat verspricht nicht, gegen Bargeld irgendwas anderes zu liefern, ja, kann man ja versuchen, bringt nichts. Man wird nichts anderes kriegen, außer vielleicht einen anderen 5-Euro-Schein, wenn man den 5-Euro-Schein gegen irgendwas eintauschen will. Sondern das Versprechen des Staates ist, dass er die eigene Währung zur Tilgung von Steuerverpflichtungen akzeptiert. Sprich, er akzeptiert es, wenn wir unsere Steuern in der Währung zahlen. Das ist quasi das Versprechen, was er abgibt. Es ist nicht das Versprechen, irgendwas anderes zu tauschen. Was ist der Unterschied zwischen privatem und staatlichem Schuldschein? Der Privatsektor kann sich nur selber zum Schuldner machen, ja. Ich kann mich sozusagen mit meinem eigenen Schuldschein selber in die Schuld bringen, bin davon abhängig, dass der andere es eben akzeptiert. Der Staat hingegen kann andere zum Schuldner machen, indem er ihnen zum Beispiel eine Steuerpflicht auferlegt oder eine Gebührenpflicht, eine Abgabenpflicht, etc. pp. Und das führt halt dazu, dass diese Währung oder diese Schuldscheine eine deutliche höhere Akzeptanz haben und auch deutlich liquider sind, weil eben mehr Leute es akzeptieren und dann nachher der Pizzagutschein nicht so gut ist, wie das Bankguthaben, das Bankguthaben wie die Euronote. Das Geldsystem können wir uns dann als eine große Excel-Tabelle vorstellen, die quasi die Gesamtheit aller Schuldbeziehungen erfasst, wo vielleicht wie so ein Spielstand im Fußballstadion, wo eben die Punktestände aller Akteure abgebildet werden. Dann ist wichtig, wir haben ein zweistufiges Geldsystem. Wir haben zwei Kreisläufe. Einmal den Girald-Kreislauf und einmal den Zentralbank-Geld-Kreislauf. Hier einmal dargestellt, vereinfachte Darstellung des Geldsystems. Ganz unten, wir als Private haben Konten bei Geschäftsbanken, die wiederum haben ein Konto bei der Zentralbank, ebenso das Finanzministerium. Wir als Private haben kein Konto bei der Zentralbank und können da auch keins aufmachen. Die Zentralbank fungiert hier quasi als Bank des Staates, als Bank des Finanzministeriums und tätig und empfängt Zahlungen für das Finanzministerium. Und diese Zahlungen können aber nur an Banken gehen. Das heißt, hier in diesem oberen Bereich haben wir wirklich nur den sogenannten Zentralbank-Geld-Kreislauf und unterhalb den Girald-Geld-Bank-Kreislauf. Die beide sind voneinander getrennt. Wie entsteht Geld im Girald-Geld-Kreislauf? Das ist zum einen Geldschöpfung durch Bankkredite oder auch wenn Banken Wertpapiere oder Immobilien aufkaufen ist, das ist komplizierter. Also vor allem Bankkredite, aber auch, und das wird häufig vergessen, durch Staatsausgaben. Wenn der Staat Geld ausgibt, dann sagt er quasi hier, der Zentralbank, bitte, liebe Zentralbank, reduziere mein Bankkonto bei dir und schreibe es dem Bankkonto von Bank A gut und dann muss Bank A wiederum, die hält dann Zentralbank-Geld, der Kunde hat aber nichts von Zentralbank-Geld, Bank A hat dann die Verpflichtung eben auch ihrem Kunden Girald-Geld auf dem Konto gut zu schreiben. Also wenn dann zum Beispiel gesagt wird, 90% der Geldmenge ist eben Bankkredite und der Rest irgendwie Bargeld und deswegen MMT wäre total irrelevant, weil alles Geld wird durch Bankkredite geschaffen, verkennt halt die Tatsache, dass eben auch Girald-Geld durch Staatsausgaben geschaffen werden. Und dann gibt es den Zentralbank-Geld-Kreislauf und da wird eben durch Staatsausgaben, wie gerade erklärt, oder durch Zentralbank-Kredite Geld geschaffen. Und hier sind die Spielregeln, vor allem mal die, das Verhältnis von Zentralbank und Staat oder Finanzministerium abhängig von der Geldverfassung, also hier wieder Politik und Funktionsweise zu trennen. Wie funktioniert Staatsverschuldung und vor allem, wie funktioniert das in Deutschland? Hier wird es jetzt ein bisschen technisch, aber ich glaube, das hilft uns nachher für die Diskussion. Hier habe ich mal, ist auch die einzige Bilanz, die ich wirklich zeige, weil die anderen dann zu komplex sind, um die hier sozusagen im Vortrag für alle zu haben. Wir können die aber nachher uns angucken, wenn ihr wollt. Der einfachste Fall, ja, also in dem quasi Olaf Scholz sein Konto bei der Zentralbank überziehen kann. Schaut mal nur oben. Ich habe mich auf die Maus nicht nehmen können. Seht ihr die Maus? Gebt mal kurz irgendwie Daumen hoch oder so, wenn ihr die seht. Okay. Schauen wir nicht. Naja, also was passiert? Ja, der Olaf Scholz sagt der Zentralbank, liebe Zentralbank, bitte reduziere mein Konto bei dir, das ist in der Zentralbankspalte dieses Minuskonto F und schreib es der Bankgut plus Konto B. Das taucht dann beim Finanzministerium auf der Vermögensseite auf, das quasi weniger Guthaben bei der Zentralbank dann hat. Die Bank, da findet eine Bilanzverlängerung statt, sie erhält Zentralbankguthaben, hat aber gleichzeitig die Verpflichtung eben, HF ist hier für Haushalte und Firmen, hat hier die Verpflichtung dem Zahlungsempfänger das gut zu schreiben. Also hier wird die Bilanz verlängert, hier wird Geld geschaffen. Das ist genau das, was auch bei der normalen Bankkreditschöpfung passiert. Jetzt ist mal ein Zoom hier im Weg. Genau, und dann bei Haushaltefirmen haben wir eben den Fall, dass da neue Bankkonten, neues Giraldgeldguthaben geschaffen wird. Das heißt, bei der Zentralbank verändert sich netto nichts. Das ist nur ein Konto hochgeschrieben, ein anderes verändert. Das Finanzministerium oder der Staat hat dann negatives Netto-Geldvermögen. Das wiederum ist gespiegelt mit positivem Netto-Geldvermögen bei den Haushalten und Firmen. Und bei der Bank findet eine Bilanzverlängerung statt. Und jetzt schauen wir uns an, wie das in Deutschland stattfindet, wo der Olaf Scholz sein Konto nicht eben überziehen kann, sondern wo er Anleihen an Banken verkaufen muss. Aber ich will nachher zeigen, die Bilanz sieht genauso aus. Identisch. Also wie funktioniert das in Deutschland? Wie gesagt, er tätigt Ausgaben über sein Bundesbankkonto und empfängt auch Steuern über sein Bundesbankkonto. Das kann er über den Verkauf von Staatsanleihen auffüllen. Das macht er nicht selber, sondern das führt er quasi, wenn er Staatsanleihen verkauft, führt er eine Auktion durch, wie kann man sich vorstellen wie eine eBay-Auktion. An dieser eBay-Auktion dürfen aber nur gewählte oder auserwählte Teilnehmer mitmachen, mitmischen. Und zwar die sogenannte Bietergruppe. Die Bietergruppe besteht aus Banken und Geschäftsbanken und Investmentbanken, die die Bundesbank gemeinsam mit der Finanzagentur auswählt. Das sind, glaube ich, seit Jahren 36 ausgewählte Banken. Im Moment zumindest 36 und ich glaube, die ist relativ konstant. Mal kommt eine dazu, mal geht mal eine weg. Aber es sind genau diese 36 Banken. Hier links nochmal die Erinnerung. Genau diese Banken müssen eben ein Konto bei der Zentralbank haben, um da mitzumischen, weil, wenn sie die Auktion gewinnen, muss eben ein Zentralbankguthaben bezahlt werden. Ich habe den Prozess einmal aufgeschrieben. Am Anfang des Finanzministeriums startet die Auktion, dann gewinnt eine Bank, die muss ein Zentralbankguthaben bezahlen. Das ist Schritt 3. Sie muss quasi, entweder sie hat Zentralbankguthaben, im Moment zum Beispiel schwimmen die Banken in Zentralbankguthaben, wegen des großen Anleihekaufprogramms der EZB. Oder sie muss es sich leihen, aber das ist kein Problem, weil Banken sich jederzeit zu festgelegten Zins und festgelegten Sicherheiten Zentralbankguthaben von der EZB leihen können oder auch sich untereinander Zentralbankguthaben leihen. Damit kaufen sie dann die Anleihe. Das heißt, der Staat kriegt das Zentralbankguthaben, die Bank kriegt die Anleihe. Der Staat nutzt dann das Zentralbankguthaben, dann Schritt 5, um seine Ausgaben zu tätigen. Sorry, das ist Schritt 6. Der Staat nutzt dann sein Zentralbankguthaben, um seine Ausgaben zu tätigen. Dann fließt das Zentralbankguthaben quasi wieder in den Bankensektor. Gleichzeitig, wie eben erklärt, muss die Bank dann dem Empfänger der Zahlung Giralgeld gutschreiben, also ein Bankkonto erstellen. Im siebten Schritt kann die Bank dann, wenn sie im Schritt 3 einen Kredit bei der EZB aufgenommen hat, also sich Zentralbankguthaben geliehen hat, das Zentralbankguthaben, was quasi zurückgeflossen ist, wieder nutzt, um den Kredit zu tilgen. Und dann im letzten Schritt ist es so, wenn die Banken dann Staatsanleihen haben, dann behalten sie die entweder selber, um die Zinsen einzukassieren, oder sie verkaufen sie gegen einen Aufschlag auf dem sogenannten Sekundärmarkt an Privatinvestoren, Rentenfonds oder auch die EZB weiter. Da eine kleine Randnotiz, die EZB hat zum Beispiel mit ihrem PEP-Programm in der Krise jetzt 71% Stand Oktober aller neu ausgegebenen Anleihen aufgekauft. Das heißt, sie sind in Schritt 1, hat der jeweilige Finanzminister sich sein Zentralbankkonto mit Zentralbank auffüllen lassen, eben über den Umweg der Banken, hat es dann ausgegeben und die ausgegebenen Anleihen sind letztlich bei der EZB gelandet. 71% davon. Das heißt, letztlich auch, Anleihen, die bei der EZB sind, die muss man quasi aus der Staatsverschuldung rausrechnen, weil Zinsen und Tilgung gehen an die EZB und wem gehört die EZB? Die gehört den Mitgliedsländern, je nach ihrem Kapitalanteil. Deutschland hat den größten und dann am Jahresende wird, abzuglich eines kleinen Puffers, werden quasi die Gewinne der Zentralbank, die eben aus diesen Tilgungen und Zinszahlungen entstehen, an die Mitgliedsländer wieder ausgeschüttet. Was lernen wir daraus? Also zum einen Ausgaben des Staates führen zu Einkommen im Privatsektor, Schulden des Staates entsprechen Vermögen des Privatsektors, Geldvermögen muss man hier sagen, Geldschulden und Geldvermögen. Alle Euro, die der Staat ausgibt, kommen ursprünglich von der EZB. Es kann nicht anders sein. Er gibt nur Zentralbankgeld aus und Zentralbankgeld kommt ausschließlich nicht von der EZB. Das bedeutet andersrum auch, der Staat finanziert sich nicht über Ersparnisse seiner Bürger. Wir können zum Beispiel bei dieser Auktion ja gar nicht teilnehmen, weil wir eben kein Zentralbankkonto haben und auch nicht über normale Bankkredite. Der Staat gibt kein Jiral-Geld aus, sondern nur Zentralbankgeld. Und hier nochmal der Punkt. Moment. Hier habe ich jetzt nochmal die Bilanzen. Das wäre eben Schritt 1. Also negatives Netto-Geldvermögen beim Finanzministerium, Bilanzverlängerung bei der Bank und positives Netto-Geldvermögen beim Haushalt. Und wenn man hier die Schritte durchgeht, sieht man ganz unten beim Bilanzergebnis wieder beim Finanzministerium wieder negatives Netto-Geldvermögen. Die Banken haben eine Bilanzverlängerung, halten jetzt aber die Anleihe am Ende, statt nur Zentralbankguthaben. Und ganz rechts, jetzt mal ein Zoom hier wieder am Weg, sieht man eben das positive Netto-Geldvermögen. Also Privatsektor hat jetzt höhere Bankkonten. Also genauso wie bei dem einfachen Fall, wo Olaf Scholz sein Konto einfach bei der Zentralbank überzieht. Mit dem Unterschied, die Bank kriegt halt die Anleihe, kassiert Zinsen für die Anleihe, kassiert einen Aufschlag, wenn sie die Anleihe weiterverkauft und so weiter und so fort. Aber das zeigt halt das System oder den Weg, den das Zentralbankgeld nimmt, bis es beim Olaf Scholz ist, damit er es dann ausgeben kann, ist für das Bilanzergebnis irrelevant. Jetzt noch zwei Sätze zur Geldpolitik der EZB. Die EZB ist eine öffentliche, aber technokratische Institution. Ihr Ziel ist, die Preisstabilität definiert als Inflation von, Inflationsrate von knapp unter 2%. Welche Mittel hat sie dafür? Vor allem die Zinssetzung, also sie bestimmt, wie günstig Banken an Zentralbankgeld kommen können und das wiederum beeinflusst den Preis der Kreditvergabe bei Banken. Und neuerdings auch immer wichtiger, eben Anleihekäufe. Damit beeinflusst sie nicht die kurzfristigen Zinsen, sondern die langfristigen, also zum Beispiel den Preis von Staatsanleihen, wenn sie die aufkauft oder auch den Preis von Unternehmensanleihen, die kauft sie nämlich auch auf. Wenn sie Anleihen aufkauft, gibt es quasi zusätzliche Nachfrage. Das ist ähnlich, so wie wenn jetzt mehr Leute eine Kartoffel nachfragen, dann steigt der Preis dessen. Also dann steigt der Preis von Staatsanleihe und Unternehmensanleihe und das wiederum macht es Staaten günstiger, Anleihen zu verkaufen. Zum einen, weil Banken, die dann an der Auktion teilnehmen müssen, okay, die können zur Not in die Bilanz an die EZB verkaufen und zum anderen, weil die Rendite dieser Anleihen sinkt. Also es wird die, das Finanzministerium spart damit quasi Zinsausgaben. Und bei Unternehmensanleihen ist es so, wenn die einen höheren Marktwert haben, weil die eben höher bewertet sind, weil die EZB jetzt noch zusätzlich eine Nachfrage auftritt und der Preis steigt, dann steigt halt das Eigenkapital und damit können sie zum einen leichter wieder neue Anleihen ausgeben, müssen halt nicht so viele Unternehmensanleite dann dafür aufgeben oder auch leichter an Kredite kommen. Und das ist auch nochmal wichtig, die Zinspolitik der EZB, die setzt den Preis, die steuert sozusagen nicht die Geldmenge. Die Geldmenge wird vor allem endogen durch die Banken bestimmt, je nachdem, wie viele Kredite die vergeben und wie viel Zahlungsaustausch die Zahlungsabwicklung die untereinander machen, entscheidet sich die Nachfrage der Banken nach Zentralbankgeld. So, hier habe ich geschrieben, Anleihekäufe sind also, das Ziel ist die Preisbeeinflussung, es ist nicht das Ziel, Geld in den Markt zu pumpen. Und damit ist es auch ungleich Gelddrucken, weil, und das sieht man jetzt hier rechts, habe ich einmal ganz vereinfacht abgebildet, was passiert, wenn die EZB einer Bank die Anleihe abkauft. Die Bank tauscht nur ein Wertpapier gegen ein anderes. Sie tauscht die Anleihe gegen Zentralbankguthaben. Das Nettofinanzvermögen der Bank bleibt gleich. Was passiert bei der EZB? Die EZB hält die Anleihe dann auf ihrer Vermögensseite und das schuldet quasi der Bank oder schreibt der Bank, räumt der Bank Zentralbankguthaben ein, das wird dann bilanziert auf der Kapitalseite. So, dadurch steigt die Bilanzsumme der EZB, aber letztlich, ob sie die Anleihe jetzt hier auf der Vermögensseite hält oder nicht, ist wirklich lang wie breit. Also aus MMT-Sicht ist quasi, wenn die EZB die Anleihe dann aufkauft, ist es so, als wäre sie im ersten Schritt gar nicht ausgegeben worden. Es wäre einfach das Konto überzogen worden und die Banken hätten quasi das Zentralbankguthaben resultierend aus der Staatsausgabe erhalten. Und die Tatsache, dass wir in der Geldmengenstatistik Zentralbankguthaben zählen, Anleihen, kurzfristige Staatsanleihen vor allem, aber eben nicht. Das sorgt halt dafür, dass es so aussieht in der Geldmengenstatistik, in den Zahlen, die wir nun mal haben, dass die steigen und dass sozusagen QE dann geldtrogen ist, aber aus funktionaler Sicht eben nicht. Ja, also das ist eben der Punkt. Dazu kommt, dass die Geldpolitik ganz offensichtlich überfordert ist, ihr Mandat Preisstabilität zu erreichen. Also seit Jahren liegt die EZB daneben und das macht eben klar, wenn die Fiskalpolitik nicht mitspielt, dann kann die Geldpolitik nicht dafür sorgen, dass die Gesamtnachfrage so hoch ist und die Wirtschaft so hoch ist, die Wirtschaft so läuft, dass das Inflationsziel erreicht wird. Hier wäre also sinnvoll, das Mandat zu ändern und die EZB zum Beispiel zu sagen, okay Jungs, ihr seid jetzt nicht mehr für Preisstabilität verantwortlich, sondern zum Beispiel für Finanzstabilität. Da ist der Fokus viel eher auf dem Zahlungssystem, auf der Beaufsichtigung von großen Banken etc. Und die Inflation oder das Inflationsziel wird dann eben der Fiskalpolitik, die ohnehin viel größeren Einfluss darauf hat, indem sie direkt die Ausgaben beeinflusst. Sie kann den Leuten quasi, wenn der Staat seine Ausgaben erhöht, erhöht er die Einkommen des Privatsektors. Das ist natürlich viel größer daran, als die dann auch wieder auszugeben, damit die Wirtschaft zu stimulieren, als wenn nur der Preis oder die Kosten für die Kreditaufnahmen sinken. Hier nochmal ein kleiner Graph, also Interbankenzinssteuerung. Hier seht ihr in, was die EZB quasi macht, um den Preis für Zentralbankgeld zu beeinflussen. Sie hat ein sogenanntes Korridormodell in der Vergangenheit benutzt. Sie legt den Zins fest, zu dem Banken sich über Nacht Geld leihen können. Sie legt den Zins fest, zu dem Banken ihr Geld bei der EZB anlegen können. Und sie legt halt den Zins fest, zu dem Banken sich über längere Zeit Geld leihen können. Ich glaube, das sind sieben Tage bis zu drei Monate oder so. Ist aber auch nicht wichtig. Und der Interbankenzins ist der Zins, zu dem die Banken untereinander sich Zentralbankgeld leihen. Der ist hier in blau dargestellt. Und man sieht, bei diesem Korridormodell bleibt der eigentlich immer in der Mitte. Genau dazwischen. Jetzt seht ihr, dass ich das, hier wird er runtergedrückt, ist er nicht mehr in der Mitte. Wenn man nach rechts geht, 2011, 2013, 2014 wird er auch nach unten gedrückt und heute, wenn er ans Ende geht, liegt er ganz unten. Also der Interbankenzins ist quasi auf Höhe des Einlagezinses und das liegt daran, dass die EZB mit ihren Anleihekäufen, nochmal einen Schritt zurück, eben hier den Banken Zentralbankguthaben in die Bilanz packt und die Anleihen abnimmt. Das heißt, die Banken schwimmen quasi ins Zentralbankguthaben. Wenn alle viel zu viel Zentralbankguthaben haben, dann leihen sie sich natürlich nicht mehr auf dem Interbankenmarkt. Der trocknet damit quasi aus. Und was ich aus diesem Punkt einfach mitnehmen will, also für die Freaks, das bedeutet quasi der Übergang vom Korridormodell zum sogenannten Floormodel, wo eben quasi durch den Überschuss an Zentralbankgeld wird im Interbankenmarkt belassen und damit wird der Zins, Interbankenzins auf den Einlagezins gedrückt. Und wo ich damit hin will, ist zu sagen, also es ist ein häufiger Kritikpunkt, den ich eben aus Vollgelddiskussionen schon mal gehört habe, ist, dass das System Anleihen zu verkaufen an private Banken ja total blöd ist. Und hier kann man sehen, also man könnte das mit den Anleihen auch komplett lassen. Also da es funktional eh gleich ist, ob der Staat sein Konto überzieht oder ob er Anleihen an Banken verkauft und ist für die Geldpolitik eben hier auch nicht wichtig ist, weil wenn die Zentralbank ihren Interbankenzins einfach damit steuert, dass sie überschüssige Zentralbankguthaben, was dann aus Staatsdefiziten, die der Normalfall sind, resultiert, einfach im Interbankenmarkt belässt, dann ist der Interbankenzins gleich dem Einlagezins. Und wenn die EZB jetzt hier den Einlagezins senken würde oder steigen würde, würde sie damit direkt den Interbankenmarktzins beeinflussen. So, noch zwei Folien und dann können wir zur Diskussion kommen. Ganz kurz zum Thema private Geldschöpfung. Hier haben wir wahrscheinlich große Übereinstimmungen, also Banken schöpfen, Giralgeld, Schuldscheine aus dem Nichts, Ex nihilo. Wenn man sich das technisch konkret anguckt, ist es quasi so, dass sie bei dem Kreditvergabe private Schuldscheine aufkaufen. Und hier ist auch, damit nehmen die Banken quasi die Rolle als, sie geben quasi Schuldscheine raus, die in der Wirtschaft zentral akzeptiert sind. Ich kann nicht mal, ich kann zum Beispiel jetzt mit auf den Supermarkt wieder zu sprechen kommen, wenn er meinen eigenen Schuldschein nicht akzeptiert, also ich habe gerade kein Geld und ich will ihm meinen eigenen Schuldschein geben, der akzeptiert den nicht, aber ich gehe zur Bank und sie gibt mir einen Kredit, dann akzeptiert sie quasi meinen Schuldschein, ich kriege den Schuldschein der Bank, eben dieses Giralgeldguthaben und kann damit beim Supermarkt bezahlen. Dann aus MMT sind Banken quasi funktional öffentlich- private Partnerschaften, mit dem Ziel, Kreditvergabe nach Kreditwilligkeitsprüfungen zu unterziehen, also liquide Mittel für realwirtschaftlich sinnvolle Tätigkeiten bereitzustellen. Warum ÖPP? Sie werden öffentlich lizenziert, sie werden überwacht, es gibt eine Einlagensicherung, wo der Staat quasi sagt, ich glaube in Euro, in der Eurozone ist es bis 100.000 Euro, die Einlagen bei den Banken sind sicher, die garantieren also das von den Banken geschöpfte Geld, die Schuldscheine der Banken und die Banken haben quasi unlimitierten Zugang zu staatlicher Währung, weil sie eben auf dem Interbankenmarkt sich Zentralbankgeld leihen können. Das muss man in Deutschland noch unterscheiden, dass wir private Banken, wir haben genossenschaftlich organisierte und öffentlich-rechtliche, die funktionieren nach anderen Motiven und sind glaube ich auch in der Analyse nachher unterschiedlich zu bewerten, was auch die Probleme angeht, will ich aber jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Was sind die Probleme der privaten Geldschöpfung? Also das Problem ist vor allem das Prozügliche, wenn die Wirtschaft brummt und hoch geht, dann sind Banken gerne dabei und vergeben Kredite, fördern damit den Aufschwung, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann gibt es eine Kreditklemme, dann vergeben sie weniger Kredite, weil sie unsicher sind, ob die Kreditnehmer die Kredite denn noch tilgen können und damit verschärfen sie den Abschwung und damit befördern sie sozusagen oder erhöhen quasi die Konjunkturausschläge, die Konjunkturdellen. Dann gibt es einen Widerspruch zwischen Profitmotiv und Gemeinwohl, also ein gut laufendes Casino kriegt zum Beispiel eher einen Kredit als ein Unternehmen, was vielleicht jetzt eine Recycling von Plastik, sagen wir mal, aufbauen möchte, also eine neue Industrie, hat keine Historie irgendwie, dass man sagen kann, wir haben ja Vergangenheit schon Kredite gemacht, Gewinne gemacht, etc. pp. Also hier gibt es einfach ein höheres Kreditausfallrisiko, weil den Banken Informationen fehlen und dann kriegen diese Unternehmen halt weniger Kredit als zum Beispiel das gut laufende Casino, obwohl aus Gemeinwohlperspektive das eine natürlich sinnvoller ist als das andere. Genau und was sind jetzt zum Beispiel Sachen, die ich dann in meinem Buch vorgeschlagen habe als Regulierungsvorschläge wäre, man könnte natürlich zum einen dazu übergehen, den Banken einfach strengere Regeln zu machen, ja, wenn die eh vom Staat lizenziert werden müssen überwacht, dann die spielen im Sandkasten des Staates sozusagen. Das heißt, der Staat könnte eben vorgeben, dass sie Kredite in der eigenen Bilanz halten müssen und nicht mehr verkaufen, weiterverkaufen können. Dass sie keine Sekundärmarktgeschäfte machen, also mit Wertpapieren handeln, um ihren eigenen Profit zu steigern. Dass sie keine Kredite vergeben gegen finanzielle Wertpapiere, also zum Beispiel Aktien, ja, wenn der Markt gut läuft und der Wert von der Aktie steigt, dann ist es im Moment so, dass Banken, dass man dann kreditwürdiger ist und mehr Kredit bekommt. Was zum Beispiel könnte man untersagen und natürlich Kreditausfallversicherungen verbieten. Kreditausfallversicherungen sind quasi die anreiztechnische Umkehrungen ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich Kredite nach Kreditwürdigkeitsprüfung zu vergeben. Wenn Sie sich dagegen versichern können, dass die Kredite ausfallen, fällt quasi der Anreiz weg, dass die Kreditwürdigkeitsprüfung von hoher Qualität ist. Und dann schlage ich vor, dass man eben das genossenschaftliche und das öffentlich-rechtliche Modell, öffentlich-rechtliche ist zum Beispiel Sparkassen, stärkt und natürlich auch öffentliche Investitionsbanken stärkt, die dann zum Beispiel auch private Investitionen in eine grüne Industrie deutlich mehr fördern können. Und vor allem dieses private, also eine Deutsche Bank, eine Commerzbank etc. pp, wo das Brot- und Butter-Kreditgeschäft fast gar nichts mehr ausmacht und die in dubiosen Tätigkeiten eigentlich aktiv sind. Und vor allem halt da die Kreditvergabe und das, den Trend sieht man halt auch, dass die Kredite immer weniger für realwirtschaftliche Zwecke vergeben werden und immer mehr für reine Finanzmarktaktivitäten, also um Aktienkäufe oder sonstige Spekulationen da auch zu finanzieren. Genau diese Trends muss man halt umkehren, ja, die sind problematisch. Ganz kurz Unterschiede und Gemeinsamkeiten in MMT und Vollgeld. Also, das hatte ich am Anfang schon mal erwähnt, glaube ich, wir sind uns einig bei dem Motiv, dass das Finanzsystem dem Gemeinwohl und der Realwirtschaft dienen soll und diese Deutsche Bank und Commerzbank Exzesse da eben total destruktiv sind. Ähnlich so wie Regeln, die den Staat daran hindern, seine Ausgaben tätigen zu können. Ja, also das Ziel auch hier, der Staat soll souverän über Währung verfügen können, um seine Ausgaben zu tätigen und sollte nicht davon abhängig sein, dass zum Beispiel eine private Bank ihn erpressen kann, indem er sie zum Beispiel die Anleihen des Staates nicht aufkauft oder so. Hier würde ich sagen, das ist eigentlich schon erfüllt, das ist im gegenwärtigen System erfüllt, wo die Zentralbank halt sicherstellt, dass die Banken immer Zentralbankgeld bekommen, um dem Staat das weiterzureichen und wo die Banken halt auch ein finanzielles Motiv haben, die Anleihen des Staates aufzukaufen, einfach weil es profitabel ist. Und wir sind uns, glaube ich, eigentlich in der Analyse der Probleme des privaten Bankwesens eben prozüglich falsche Verteilung des Geldes oder Schaffung des Geldes für falsche Anlässe. Wo wir uns, glaube ich, nicht einig sind, das können wir aber nachher auch nochmal erörtern, ist die Sachen, wie steuert man die Konjunktur und woher kommt die Inflation? Dann die Bewertung von Staatsschulden, sind die ein Problem, sind die kein Problem, sind Zinslasten von Staatsschulden ein Problem? Zinsausgaben des Staates würde ich zum Beispiel analysieren wie alle anderen Ausgaben des Staates, ja, diesen Einkommen der Halter von Staatsanleihen, der Zins wiederum ist Steuerungswahre der Zentralbank und die Zinslast ist auch viel größer davon abhängig, welches Zinsniveau die Zentralbank wählt und weniger davon abhängig, wie hoch die Staatsschulden sind. Und natürlich bei der Reform des Geldsystems, da haben wir unterschiedliche Ansätze. Aber dabei will ich es belassen und freue mich auf die Diskussion, bevor wir starten, du hast eigentlich am Anfang schon erwähnt, genau einmal das Buch, was ich geschrieben habe, wer Sachen nachlesen möchte und zum anderen dann die Website modernmonetarytheory.de, wo die Artikel von mir und Dirk Ehns, die wir so schreiben, regelmäßig veröffentlicht werden, beziehungsweise zumindest die Links dann zu den Artikeln, also wer dabei gewissen Themen nochmal nachschauen kann, kann das gerne machen. Soweit erstmal von mir, jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Ja, dann vielen Dank für den doch etwas umfangreicheren Einblick in die MMT, trotzdem denke ich, dass wir jetzt eine sehr gute Basis haben, haben wir auch schon die ersten Wortmeldungen. Klaus, ich würde direkt das Wort an dich übergeben. Du musst nur deine Stummschaltung aufheben. Genau, ja, ich muss gleich vorausschicken, ich habe meiner Familie versprochen, Ordnung, dass ich heute nach einer Stunde hier rausgehe, aber jetzt sage ich noch ein paar Sachen, es tut mir leid, weil normalerweise sind die so eine Stunde lang diese Gespräche und ich habe heute hoch und heilig versprochen, ich komme, also aber, deswegen Entschuldigung, wenn ich gleich gehe, aber drei Punkte möchte ich trotzdem sagen, also mein, das Thema ist ja Gemeinsamkeiten und man könnte so nicht viel sagen, auch Kritisches, ich möchte Gemeinsames sagen, der Ansatz ist auf jeden Fall gemeinsam, dass wir beide das Verständnis des Geldsystems fördern wollen und das ist natürlich, weil das System so komplex ist, eine schwierige Aufgabe, also wenn ich jetzt deinen Vortrag nehme, da werden schon 99 Prozent der Leute aussteigen, die keine Spezialisten sind, die Frage ist, wie bringt man die Funktionsweise des Geldsystems so rüber, dass viele Leute das verstehen und auch irgendwie darf anspringen. Es gibt ja immer wieder Untersuchungen, die zeigen, die Leute verstehen es vollkommen falsch und deswegen ist es umso schwieriger, darüber zu diskutieren und da komme ich zu einer weiteren Gemeinsamkeit, wir sehen beide Geld als ein Rechtskonstrukt an, das man auch verändern kann und um es zu verändern, brauchen wir eine politische Diskussion, aber um eine politische Diskussion zu führen, müssen die Leute erst mal verstehen, wie es funktioniert, sonst ist es schrecklich. Zum Beispiel die Schweizer Vollgeldabstimmung, da wurde debattiert über die private Geldschöpfung und dann wurde abgestimmt und hinterher wird eine Umfrage gemacht, wer schöpft denn das Geld und dann waren die 85 Prozent der Leute die Meinung, es ist nur der Staat und sobald man in eine politische Diskussion eintritt, ist eben dieses Problem und deswegen glaube ich unser beider Anliegen mehr Verständnis, wie funktioniert es denn überhaupt und da müssen wir uns beide Strategien überlegen, um das klar und deutlich, also einfach deutlich zu machen und ja, Gemeinsamkeit. Dann, ich sehe schon auch, dass wir gemeinsam die Staatsverschuldung anders bewerten. Ja, hier macht das anders wie wir, wir würden praktisch sagen, Geld wird anders bilanziert und so kommen wir aber zu einer erheblichen Reduktion der Staatsverschuldung. Auch wir sehen das so, dass es jetzt nichts bringt, wieder Austeritätsprogramme zu fahren, ja, also gerade in der Corona-Krise, das ist sicherlich eine Gemeinsamkeit, ja. losgehen wir halt ein bisschen anders ran, aber das Ziel ist gleich, ja, wir sagen nicht um Gottes Willen jetzt wieder Schuldenbremse und Sparen und Staatsschulden weg, ja, sondern wir versuchen durch eine Neubilanzierung eine ganz erhebliche Entschuldung zu erreichen. Also da sehe ich auch eine Gemeinsamkeit. Kannst du vielleicht, das würde mir einfach vom Verständnis helfen, in zwei Sätzen nochmal sagen, was das Motiv ist, die Staatsverschuldung sozusagen zu erreichen? Also was ist da dein Motiv? Naja, weil wir natürlich sehen in der jetzigen Diskussion, wie es läuft politisch, ja, dass Staatsverschuldung immer als Vorwand genommen wird, um gewisse politische Sachen durchzusetzen, ja, also Sparmaßnahmen, was weiß ich alles, ne, das ist ja in der Debatte, ja, und der große Mehrheit der Politiker ist nun mal der Meinung, Staatsverschuldung ist ein Problem, das heißt, wir müssen es anpacken, ja, und wir packen es halt ein bisschen anders an, aber das, auch, dass wir genauso den Staat direkt finanzieren wollen, ja, und nicht über Staatsanleihen, ja, wir sind ja auch für die direkte monetäre Staatsfinanzierung, auch eine Gemeinsamkeit, ja, aber dieses Problem, politische Problem der Staatsverschuldung werten wir auch anders wie der Mainstream sozusagen, ja, einfach dadurch, dass wir eine radikale Entschuldung erreichen, ja, wir machen es halt mit anderen Mitteln, ja, und dann dritter noch Punkt, also dein Buch auch, wenn ich MMT lese, dann habe ich immer den Eindruck, ja, wir haben eigentlich staatliche Geldschöpfung schon, ja, und ich glaube auch, wir stehen gemeinsam in der privaten Geldschöpfung ein Problem, ja, und das, glaube ich, ist auch eine Gemeinsamkeit, wurde ja auch im Markus Coop Artikel angesprochen von Paul Steinhardt, ja, das ist auch eine Gemeinsamkeit, dass wir private Geldschöpfung kritisch bewerten, da machen wir es wieder anders, aber so mal zu den Gemeinsamkeiten und jetzt gerne die Diskussion eröffnen, mich dann in fünf Minuten leider entschuldigen, okay, vielen Dank. Aber die Gemeinsamkeiten sind ja dann schon relativ nah, ja, also meine letzte Folie mit, also vor allem private Geldschöpfung und genau, das sind die Ziele und es unterscheidet sich halt, wie wir dann rangehen, aber das einfach mal als Gemeinsames, ne, so. Das ist auch schon mal schön, dass wir das so feststellen können. Okay, soweit von mir. Gut, danke Klaus, das kann ja die Brücke sein, jetzt in die Wortmeldungen, als erstes Hans-Florian Heuer, dich kannst dich selber freischalten, du warst der Erste und dann gehen wir der Reihe nach durch, jeder weitere, der sich zu Wort melden möchte oder eine Frage hat, bitte in Chat antragen, dann geht es Prozedere soweit. Ich habe mir ja nur nicht verkneifen können, ein paar, während der es fortaus ein paar Kommentare reinzuschreiben, das waren jetzt keine Wortmeldungen, Simon, Dankeschön. Das, dann kann sich jeder im Chat selber nachlesen, dann hätten wir als nächstes Josef, die kann sich selber dein Audio anschalten. So, versteht man mich? Sehr gut, sehr deutlich. Ja, okay, ja, also ich muss sagen, also wir haben jetzt, darauf war ich nicht gefasst, wir haben jetzt praktisch eine Stunde lang einen Vortrag gehört über MMT im Allgemeinen und MMT in mancherlei Besonderheiten und ich fühle mich jetzt, muss ich sagen, etwas sowohl überrumpelt als auch etwas erschlagen, wenn es ist vollkommen unmöglich, darauf jetzt in wenigen Minuten eine adäquate Antwort zu geben. Erwartet hatte ich eigentlich und deswegen habe ich mich auch für die Teilnahme hier angemeldet heute Abend. Erwartet hatte ich, dass wir sprechen über die Frage, wie das auch in den Buchflyer angekündigt ist, nicht, wer soll das bezahlen, über die Frage, warum es in einem modernen Fiat-Geldsystem keine Geldknappheit zu geben braucht und warum es eben möglich ist, dass, wenn, wenn die, wenn staatliche Organe in Form des Finanzministeriums beziehungsweise der Regierung einerseits und der Zentralbank andererseits, wenn die sich einig sind, an einem gemeinsamen Strang zu ziehen, worum es für die möglich ist, in sehr großem Umfang eben Geld bereitzustellen, das benötigt wird unter bestimmten Bedingungen. Also dachte ich, wir sprechen eben über indirekte und in Zukunft vielleicht bald auch direkte monetäre Staatsfinanzierung, Helikoptergeld und so weiter, weil ich glaube, das steht aktuell, ganz aktuell im politischen Raum, dass die Dinge sich in einer Weise entwickelt haben, dass Schulden, die Schulden können ja nicht zurückbezahlt werden, Staatsschulden meine ich jetzt, die Privaten wahrscheinlich auch nicht, dass die Dinge sich in einer Weise entwickelt haben, dass praktisch die, die Zentralbankfinanzierung von Staatsschulden, dass das wird ein Regeltool der Geldpolitik werden, das ist meine Erwartung und da sehe ich durchaus eine Kooperationsmöglichkeit auch mit dir und anderen Anhängern oder Vertretern der Modern Money Theory in diesem Aspekt. Darüber hinaus muss ich sagen, auch nach allem, was du heute Abend vorgetragen hast, dass ich sehe eben doch, ich sehe sehr viel, ich sehe sehr viel Verschiedenheiten in den, in der theoretischen Auffassungen. Also für mich ist die MMT weiterhin so ein Amalgam aus, wie soll ich sagen, also ich nenne es jetzt mal Wahrheiten, aus Wahrheiten, die wir miteinander teilen und die in der Regel aus dem Keynesianismus kommen und aus dem Post-Keynesianismus und dann gibt es eine Reihe von Halbwahrheiten, dazu gehört zum Beispiel die verkürzte Redewende zu sagen, indem der Staat Anleihen begibt, erschöpft der Geld. Das finde ich eine Verkürzung, die sachlich falsch ist, aber das ist, also man kann sagen, der Staat mit dem, mit dem, was er tut, veranlasst der Staat die Schöpfung von Zentralbankgeld und Bankengeld und vielleicht auch Geld zur Rogatentritt der Stufe. Das, das halte ich so, das fällt für mich unter Halbwahrheiten, das ist nur okay, kann man will, dann gibt es andere Dinge, da kann ich dann halt gar nicht mehr folgen und ich weiß jetzt auch nicht, worüber man hier noch lange im Einzelnen diskutieren könnte, weil ich bin auch nicht systematisch darauf vorbereitet, aber mir ich vielleicht noch ein, zwei Punkte, wenn ich darf, ja, obwohl es dann auch vielleicht zeitlich ausartet. Ich meine, du sagst auf der einen Seite, die EZB ist überfordert mit diesem Fetisch-Ziel 2% Inflation, das teile ich, diese Auffassung teile ich auch, die EZB kann das vielleicht indirekt ein bisschen beeinflussen, aber die Preisentwicklung hat viele, noch viele andere Gründe und das kann die EZB über die Zentralbanken kollektiv können das nicht steuern. Andererseits hast du einen sehr, sehr festen Glauben an die Fähigkeit der Zentralbanken, die Zinsen zu setzen. Da kann ich so schon gar nicht mehr folgen, also natürlich kann die Zentralbank sehr stark den Interbankenzins bestimmen, das schon, aber darüber hinaus mit dem Zinsniveau, ich glaube, das haut so nicht hin. Man muss einmal sehen, also sofern Geld, egal welches Geld jetzt, Zentralbankgeld oder Bankengeld oder weiteres Geld, wenn das als Fremdkapital angeboten wird, wenn das im Übermaß angeboten wird, als Fremdkapital, dann sinken alleine dadurch die Zinsen. Nicht? Und da kann das Zentralbankgeld ein sehr, sehr geringer Teil daran sein. Andererseits die starke Beeinflussung der Zinsen durch den, sage ich jetzt mal, monetären Vorschlaghammer des Quantitative Easing, das ist ja ein Beispiel dafür, wie durch eine sehr massive Mengenpolitik in der Tat Zinsen sehr nachhaltig, also im Sinne von sehr wirksam gesteuert werden können, aber das erfordert natürlich den riesengroßen Hammer hier von Quantitative Easing, nicht? Und damit geht das natürlich schon und andererseits, wo führt das hin? Also dann sagst du, wird Geld definiert, jetzt kommen wir zur Grundfrage, wird Geld definiert als, Geld ist immer ein Schuldverhältnis, das halte ich an Grundfehler auch im Keynesianismus und Post-Keynesianismus. Indem du von so einer Grundlage ausgehst oder ihr in dem Moment ist doch ganz klar, dass auch Staatsschulden Schulden sind. Dann ist überall, wo Geld fließt, sind Schulden im Spiel und dann kann man das natürlich als reine Formalie betrachten, aber wenn wir die Staatsschulden als reine Formalie betrachten, das mit den Zinsen übrigens, dass sie keine Rolle spielen im Verhältnis zwischen Finanzminister und Zentralbank, da stimmen wir überein, nur der Staat muss die Anleihen ja tilgen und er muss fortgesetzt also dadurch Anleihen bei kumulieren, der in der Bilanz der Zentralbanken formal als Schulden steht und da ist die wirklich die Frage, was kann, dieses Spiel könnte man theoretisch endlos treiben, wenn wirklich die Zentralbank die Zinsen, die Zinsen steuern kann, aber also ich denke das Spiel hat Grenzen und ich finde es unbefriedigend bei der MMT, dass gesagt, ja die Grenzen gibt es, da gibt es irgendwie Faktoren, Kapazitätsauslastung nicht, und oder wenn dann vielleicht sollte doch mal die Inflation stark anziehen, apropos Inflation, mir fehlt in der MMT jede Unterscheidung von Finanzen, die der Realwirtschaft dienen und Finanzen, die einer selbstbezüglichen nicht zum BIP beitragenden Finanzwirtschaft dienen und wenn also gesagt wird, die öffentlichen Defizite sind private Vermögen, bin ich, das ist vollkommen richtig, die Frage ist nur wessen Vermögen und dass die MMT schon seit zehn Jahren ich das beobachte, ist irgendwie entgegen eigenen Gelegenheitsbekundungen theoretisch systematisch vollkommen unsensibel in der Frage wo fließt das ganze Geld eigentlich hin kann ja sein dass man es über den Staat in Umlauf bringt, aber was geschieht mit dem Geld danach bleibt das Geld in der Realwirtschaft oder wandert das nicht ab in Finanzwirtschaft die gar nichts zum BIP beitragen und ist nicht das ein sehr wesentlicher Grund dafür dass wir heute eine immense Finanzialisierung haben die also die Einkommens und die Vermögensverhältnisse um Jahrzehnte und nicht 100 Jahre zurückwirft und so weiter da finde ich wie soll ich sagen Josef ich hake mal ganz kurz ein ja danke die MMT scheint da irgendwie unmusikalisch zu sein auf der Wellenlänge und hiermit höre ich auf und ja alles gut ich würde vorschlagen viele wichtige Punkte mit Sicherheit ich würde vorschlagen im Sinne von dem Dialog ihr beide dürft den auch gerne weiterführen Josef ich möchte dich inhaltlich nicht ab aber ich möchte gerne Maurice die Chance geben auf den Sack an Punkten der jetzt aufgeführt wurde einzugehen wir hatten die Frage nach der Finanzsteuerung der Zentralbank wir hatten die Frage nach ist Geld eine Schuld ich fasse trotzdem mal ganz kurz zu sagen muss Geld per se als Schuld finanziert werden und darüber hinaus auch was passiert eigentlich mit dem Geld wenn es mal erzeugt ist und zirkuliert wird es für Bruttoinland relevante Zwecke oder auch für komplett finanzialisierte Zwecke genutzt vielleicht können wir uns da ein bisschen langhangeln und dann könnt ihr auch gerne gegenseitig aufeinander erwidern Gerne also vorab nochmal eine Entschuldigung von mir dass dann das Format so missverstanden wurde beziehungsweise dass ich auch tatsächlich zu lange ich habe mich dann gefragt welche Punkte sollen noch mit rein und welche nicht und dann explodiert das manchmal kenne ich bestimmt also sorry dafür dann um den ersten Punkt den ich minutiert habe ist die Frage dauerhafte Zentralbankfinanzierung in Anführungszeichen und was ist monetäre Staatsfinanzierung und Helikoptergeld das habe ich versucht ganz klar mit dem Vortrag zu zeigen also es ist egal die MMT fordert nicht monetäre Staatsfinanzierung also Bill Mitchell zum Beispiel fordert das und ich finde ich schreibe in meinem Buch dass man das System auch vereinfachen kann aber die Finanzfähigkeit des Staates die finanzpolitische Handlungsfähigkeit wird dadurch nicht geschmälert ob die Zentralbank die Finanzierung über den Umweg der Bank garantiert oder ob sie es direkt macht macht funktional keinen Unterschied und deswegen ist zum Beispiel die Forderung nach monetärer Staatsfinanzierung also in der Eurozone wäre es eine Verbesserung vor PEP mit PEP ist es quasi keine Verbesserung weil die EZB die Zinsen in Schach hält und also da sehe ich sozusagen den großen Vorteil nicht und Helikoptergeld das ist quasi auch das was heute passiert wenn der Staat Ausgaben tätigt dann landen die auf den Bankkonten des Privatsektors also da ist sozusagen aus MMT nicht der große Vorteil und es ist immer Zentralbank Finanzierung es ist immer Zentralbankgeld was der Staat ausgibt wollen wir vielleicht sozusagen jetzt soll ich auf alle Punkte nacheinander eingehen oder wollen wir mal kurz nochmal Josef eine Chance geben ich würde sagen Josef wenn du da auf der Widerung hast kling dich gerne ein ansonsten bleibt das Wort mit dir dann die Kritik an QE also natürlich sehe ich auch ich die Nebeneffekte ja dass es zu Ungleichheit führt weil halt Unternehmensanleihen und Staatsanleihen behält die das sind natürlich eher vermögende Institutionen als auch Privatpersonen deswegen ist das ein Problem aber das ist ja eine Reaktion der Zentralbank darauf dass die Fiskalpolitik versorgt ja das muss man auch dazu sagen wenn die Fiskalpolitik vernünftig arbeiten würde dann müsste die EZB ja diese ganzen den monetären Vorschlaghammer glaube ich oder geldpolitischen Vorschlaghammer gar nicht rausholen dann Schuldentilgung ja die Schulden können ja alle gar nicht getilgt werden hast du gesagt das ist aus also wenn man die Schulden tatsächlich einfach nur als die Euro die der Staat ausgegeben aber noch nicht wieder über Steuern eingezogen hat betrachtet ja und dann können die entweder als Zentralbankguthaben oder also sorry als als Jiralguthaben dann im Privatsektor oder eben als Staatsanleihen wie auch immer die dann sozusagen dann nachher sind es ist ja kein Problem also die Höhe an Steuergutschriften ist ja per se kein Problem was wir irgendwie beheben müssen und wenn der Staat das tilgen muss weil eben zum Beispiel eine Staatsanleihe abläuft dann macht er das halt indem er eine neue Anleihe ausgibt oder neues Geld dafür ausgibt etc. pp und funktional eben da wenn die Zentralbank die Anleihen abkauft nochmal dann geht die Tilgung und die Zinsen gehen an die EZB rechte Tasche linke Tasche zurück an das Finanzministerium dann ein Punkt und da stimme ich dir ja überein also ich hatte das in meiner Analyse ja auch mit drin dass natürlich viel zu viel Geld im Finanzsektor und viel zu wenig Geld in dem Sinne zumindest anteilig in die Realwirtschaft fließt ich glaube den Punkt macht die MMT nicht so stark weil das ja eher ein politischer Punkt ist eine wirtschaftspolitische Bewertung dessen wofür es geschaffen wird und der große Punkt oder die große Denkblockade die wir haben ist eben diese Geldknappheit und das ist sozusagen das was die MMT beackert deswegen ist dieser Punkt nicht so stark du wirst ja mit jedem MMT eine Übereinkunft haben Josef dass das ein Problem ist ja Finanzialisierung da stimmen wir ja vollkommen überein und das natürlich also die meisten MMT-Vertreter sind ja auch eher politisch im linken progressiven Spektrum dass die natürlich also da wird immer über Green New Deal etc. gesprochen ja das sind ja realwirtschaftliche Ausgaben die wir dann politisch befürworten und nicht irgendwie den Finanzsektor hochpushen als letzten Punkt noch den Zins genau ob die Zentralbank den denn dann so steuern kann also der kurzfristige Zins den ihr auf dem Hinterbankenmarkt ja auf jeden Fall im Zweifel macht sie quasi aus dem Korridormodell macht sie das so eng dass quasi der Hinterbankenzins genau daneben dazwischen liegt dass der im Moment so weit ist liegt ja einfach nur daran dass in diesem Narrativ es braucht Marktdisziplin ja wir brauchen den Hinterbankenzins damit die sich gegenseitig kontrollieren und disziplinieren das halte ich natürlich für falsch und auch für gescheitert und auf dem den langfristigen Zins also die Preise auf dem Kapitalmarkt also es ist für mich ein logisches Argument dass die EZB unbegrenzte Feuerkraft hat in ihrer eigenen Währung und damit alles auch in die eigene Bilanz nehmen kann ob das immer so clever ist da würde ich auch sagen nein ja also wenn sie die Preise bis zum Gehen nicht mehr pusht dann hat natürlich Vermögende höhere steigt das Vermögen von denen weil die Bewertung von diesen Anleihen eben hoch geht und so weiter und so fort ist das sinnvoll nicht unbedingt aber hier ist eben die Lösung nicht dass die EZB jetzt irgendwie die Schranken zumachen soll sondern Fiskalpolitik ist dran das so als Reaktion gut gut Josef möchtest du darauf nochmal eingehen ok gut denke ich dass wir da dann doch auch nochmal ein bisschen klar bekommen haben auch vor dem Hintergrund dass wir da vielleicht doch gerade was auf die Finanzialisierung der Geldschutzfonds angeht deutlich mehr beieinander liegen als vielleicht manchmal der Fokus gerade auch ich meine das ist immer auch eine kommunikative Frage da kenne ich mir dann doch ein bisschen aus was stellt man den Fokus seiner Theorie insofern da nochmal ein bisschen dann hätten wir als nächstes Basti du kannst dich gerne selber stumm schalten entstummeln stumm schalten kann man mich hören ja sehr gut ok ich war auch bei dem Gespräch mit dem Raimund Dietz schon dabei meine Frage war dann die erste die nicht mehr dran geschoben wurde wollte nur ein ganz kurzes Eingangsstatement nochmal geben also es kam jetzt so ein bisschen auch wieder raus bei dem Gespräch mit Raimund Dietz noch deutlicher was mich so ein bisschen überrascht hat war eben was du damals gesagt hast naja also man müsste die Privatbanken also ganz stark regulieren wir sind ja dafür also dass das Geld verstaatlicht werden soll jetzt aber nicht unbedingt die Banken und wenn ich daran denke also dass die Landesbanken in der Finanzkrise also fast 50% der Verluste hatten des deutschen Bankensektors und die Sparkassen in Spanien also die haben sich auch saumäßig verzockt wenn man dann noch Freddie Mac und Fannie Mae in den USA mit reinnimmt ja also die ja über 50% der Residential Mortgage-Backed Securities gehalten haben und dann auch also ordentliche Verluste eingefahren haben verstehe ich das nicht so ganz aber okay was ich jetzt aber zu meiner Frage was ich mal fragen wollte wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin ob ich das jetzt verstanden habe und zwar also dass von der MMT gesagt wird dass eben Staatseinnahmen also Steuereinnahmen die Folge sind also von Staatsausgaben ich halte das also in unserem System insofern für plausibel weil der weil der Bund hat sein Konto bei der Notenbank und kann er nun mal nur in Zentralbank Geld Geld drauf kriegen also insofern ist das meines Erachtens plausibel dass da erstmal irgendwie Zentralbank Geld halt in Umlauf gebracht werden muss allerdings bin ich mir jetzt nicht so sicher ob ich das richtig gehört habe von MMTlern dass das so sein muss also warum also dass es gar nicht anders ginge wenn man sich jetzt mal vorstellt bin jetzt da nicht dafür aber wenn man sich jetzt mal vorstellt dass der Staat auch ein Konto hätte bei irgendwie einer Geschäftsbank dann könnte er ja auch im Geschäftsbank Geld eben Steuerzahlungen bekommen und das Geschäftsbank Geld wird durch die Monetisierung von Aktiva also zum Beispiel in der Kreditvergabe geschaffen dann geht es von Konto zu Konto und landet dann irgendwann beim Staat und dann hat das also warum soll das so zwingend so sein müssen dass das nur durch Staatsausgeben Ausgaben Steuerannahmen möglich sind also halte ich wenn das so streng gesagt wird nicht für richtig danke ganz kurz auf den Punkt mit den Banken einzugehen du hast natürlich recht ja also dass da Versagen war und auch Versagen entlang der verschiedenen institutionellen Ausgestaltung und Rechtsform auch öffentlich-rechtlich privat etc. pp aber das negiert immer noch nicht den Punkt dass natürlich auch heute öffentlich-recht also Landesbanken natürlich auch unter den falschen Spielregeln gespielt und wenn man die Spielregeln verändert dann würde sich wahrscheinlich auch das Verhalten verändern ja hier haben wir sozusagen gehen wir einfach unterschiedlich weit aber ich glaube reine Logik natürlich wenn man die Spielregeln verändert verändern sich auch sozusagen die Verhalten der Akteure dann zu dem Thema das Henne-Ei-Problem Steuern Staatsausgaben natürlich könnte der Staat auf seine eigene Schuldscheine komplett verzichten auch einfach ein Konto bei der Geschäftsbank führen aber warum sollte er das machen ja also mit dem Motiv er muss sozusagen für seine öffentlichen Aufgaben Ressourcen rekrutieren und das macht er nur am einfachsten indem er seine eigene Währung seine eigenen Schuldscheine anbietet weil er die ihm unbegrenzt erzeugen kann gibt es eigentlich kein Motiv dass er das bei Banken führt es ist aber grundsätzlich glaube ich möglich und zur ganzen Wahrheit gehört auch also wenn man das System im USA anguckt da gibt es sogenannte T&L Accounts Tax and Loan Accounts die der Staat bei Geschäftsbanken hat das heißt da fließen manche Steuerzahlungen nur auf dieses Sonderkonto bei Geschäftsbanken und die Geschäftsbank transferiert es aber nicht direkt als Zentralbankguthaben an den Staat und das wird halt gemacht um sozusagen also der Interbankenzins ist ja von Angebot und Nachfrage nach Zentralbankgeld abhängig und Steuerzahlungen bedeuten dass halt sozusagen Zentralbankgeld rausfließt aus dem Interbankenmarkt und Stasusgaben müssen rein so um halt um dieses Ein- und Ausfluss also Angebot und Nachfrage konstant zu halten wird halt das Geld erst auf diese T&L Accounts bei den Geschäftsbanken um halt diesen Ein- und Ausfluss halt zu regulieren aber der Staat gibt manchmal auch quasi kann er anstatt das Geld von dem T&L Account erst wieder auf sein Zentralbankkonto ruchen zu lassen kann er quasi auch von da aus direkt ausgeben das heißt er hätte quasi ein Konto bei einer Geschäftsbank über das er Einnahmen und Ausgaben tätigt aber hier ist wiederum nur das Ziel Interbankenzinssteuerung das ist sozusagen ein kleiner operativer Kniff aber muss nicht sein und der Staat hätte halt einen Nachteil wenn er das bei einer Geschäftsbank macht also den Vorschlag macht zum Beispiel wenn du das angucken willst Richard Werner in seinem Paper wo er sagt irgendwie das Staaten macht glaube ich das für Japan dass er halt anstatt Anleihen auszugeben doch sich lieber direkte Bankkredite holen soll Ja aber er sagt das ja also ich kenne den Grund davon er sagt ja dass das dann so läuft also dass das ist keine wenn der Staat Anleihen ausgibt dass es nicht zu einer Netto-Geldschöpfung kommt weil der Staat dann ja die Bank verkauft dann ja wieder an den Nichtbankensektor eben diese Anleihe und dann wird die Bank mit Geschäftsbank Geld bezahlt es kommt zu einer Geldvernichtung ja und dann wächst die Geldmenge netto eben halt nicht also es kommt zu einer Geldschöpfung beim Ankauf der Anleihe und beim Verkauf wenn sie die dann auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft wieder zu einer Geldvernichtung und wenn man sich eben die Anleihenmärkte anschaut sind die Anleihen damals zumindest größtenteils nicht monetisiert also sie werden wirklich dann weiterverkauft und deswegen hat er damals gemeint die sollten es doch über Bankkredit machen weil es dann wirklich zu einer Geldmengenausweitung kommt ob das jetzt plausibel ist weiß ich ich bin auch nicht dafür dass der Staat jetzt irgendwie sein Konto bei der Geschäftsbank haben sollte nur als Frage weil ich das so oft so gehört also zumindest in den OECD Währungssystem ist es eben nicht so da hat der Staat seine Zentralbank als Bank des Staates also ja d'accord hättest mir einfach eine E-Mail schreiben können by the way also fürs nächste Mal wenn du eine Frage hast schick ruhig eine E-Mail musst du nicht auf die nächste Veranstaltung waren wir haben als nächstes noch die Frage und da auch gleich noch der Hinweis wir sind jetzt schon bei eineinhalb Stunden aber wer noch Wortmeldungen Fragen Einwürfe hat gerne und zwar von Felix Mönkemeyer der meinte er müsste nicht eigens freigeschaltet werden ich frage nicht Maurice was die entscheidenden Punkte bei denen die MNT über Keynes hinausgeht oder eben gar widerspricht geht jetzt ein bisschen MMT Perspektive einnehmend aber trotzdem Also Keynes war ja auch die Frage welchen Keynes man nimmt der hat ja auch ganz verschiedene Texte geschrieben und auch in Beweiterentwicklung gehabt also die MMT um es abzukürzen ist quasi eine Zusammensetzung aus knapp und ins Anfang des 20. Jahrhunderts dann Keynes und Kalecki dann kommt Lörner dazu mit Functional Finance dann natürlich Wynn Godley mit Stockflow Consistent Modeling etc. pp und dann kommen quasi die MMTler die darauf aufsetzen Mosler Ray und Mitchell also das ist sozusagen so die intellektuelle die intellektuelle Minsky natürlich sorry den habe ich ja noch ganz vergessen kommt auch noch dazu und also Keynes hat zum Beispiel ja dieses den Kernpunkt von MMT also ja er schreibt dann hin und wieder ich glaube der Satz ist money is by all means irgendwie Charter origin oder so also das eben ganz klar diesen Charterismus von knapp ja der Geld als Rechtsgeschöpf und der Staat der das eben sozusagen mit seiner Steuerpflicht die Nachfrage begründet und dann das ausgeben kann aber das ist halt nicht konsistent in seinen Schriften drin und all das die MMT ist das ja hängt das ja das entnimmt das ja als großen Aufhänger und das würde ich sagen ist da nicht so drin das war eine sehr wie soll ich sagen akademische und History of Economic Thought Diskussion genau gute Sonne sehr allgemein gefasste Frage deswegen zurück Josef hat nochmal eine Wortmeldung ja danke eigentlich nur ich wollte eine Information geben und zwar also Stichwort ist Finanzierung oder Beitrag der Zentralbank zum Staatshaushalt monetäre Staatsfinanzierung und es ist ja etwas geschehen also die Engländer als solange sie noch im Euro in der EU gewesen sind die hatten sich ja ausbedungen als eine Extrawash sozusagen im Unterschied zu allen anderen dass sie Überbrückungskredit bei ihrer Zentralbank bekommen konnten das gab es früher in Deutschland auch die Regierung hatte Überbrückungskredit Fazilität bei der Deutschen Bundesbank und mit Einführung des Euro wurde das abgestellt und nun hat die Bank von England und die englische Regierung haben einen Schritt weiter sind einen Schritt weiter gegangen seit April diesen Jahres hat die Regierung bei der Bank von England einen unbegrenzten Überziehungskredit unbegrenzt also das finde ich das ist ein Schritt in Richtung direkte Staatsfinanzierung und dann habe ich erfahren von dem von dem Eder von dem Jeff Eder aus Kanada dass routinemäßig die Bank von die Bank von Kanada also die Zentralbank von Kanada die ist der Auktionator für kanadische Staatsanleihen und von jeder von jeder Herausgabe von Staatsanleihen die vorgenommen werden nimmt die Bank von Kanada 20% davon sofort auf ihre eigene Bilanz und das finde ich sehr bemerkenswert das macht die schon sehr lange die in Kanada hat es ja auch eine längere Tradition an diesen Geschichten schon aus den 1930er Jahren heraus und das finde ich wichtig zu wissen und zu verbreiten weil das ist ein Beispiel das funktioniert tadellos es gibt keinerlei Probleme nicht also mit wie soll ich sagen mit die gerade bei der deutschen bundesbank und in einem falsch verstanden deutschen autoliberalismus da ist man immer so hat man immer angst vor ich weiß nicht was und das darf also nicht sein und dort wird es praktiziert routinemäßig kein harngrät danach das heißt es funktioniert friktionslos und ganz wunderbar und ich finde das sollte man auch irgendwie rausbringen und ich komme zurück was ich vorhin schon sagte ich finde wir sollten darauf hinarbeiten erstens dass man was heute da geschieht mit quantitative easing und solchen sachen das ist de facto indirekte monetäre staatsfinanzierung in dem sinne dass eben ziemlich direkt also die die regierung begibt anleihen und ziemlich bald darauf kauft die zentralbank diese anleihen auf das war gerade jetzt mit diesen coronaprogrammen dieser zusammenhang wurde gar nicht mehr verheimlicht oder verleugnet und also man soll das nicht man soll sagen das ist monetäre staatsfinanzierung und dann durchaus die sache dahin schieben wollen dass man das in begrenztem rahmen eben als regeltool der geld politik durchaus betrachten kann und das kann man wiederum verbinden mit der einführung von vollgeld in form von central bank digital currency das kommt mit sicherheit das ist eine frage die frage ist ob das übernächstes jahr kommt oder in drei bis vier jahren aber das kommt also das ist gar keine frage mehr es ist nur noch eine frage wann das kommt das digitale zentralbank geld und das ist ja voll geld und wir müssen darauf hinwirken dass das geld fürs publikum wird von vornherein also nicht nicht nur wie bisher die reserven für banken oder vielleicht erweitert für finanzinstitute sondern das ist das ist zentralbankgeld oder vollgeld für den publikums gebraucht in allgemeinen geld gebraucht wird und dieses geld kann man durchaus durch monetäre staatsfinanzierung in umlauf bringen und da wird ein schud raus für mein verständnis und da sehe ich eine echte kooperationsmöglichkeit auch mit der mmt ja ganz kurz fürs verständnis bargeld siehst du auch als vollgeld an ja ja ok verstehe ja auf jeden fall ich wollte vorher noch sagen also das was die bank of england oder auch die kanadier machen das macht die wuba auch nur halt in viel kleinerem umfang also Olaf Scholz darf den tag über sein konto bei der bundesbank überziehen aber am abend muss es positiv sein das heißt die fazilität ist nur viel kleiner und genauso kauft die wuba sozusagen saugt auch anleihen weg für die marktpflege nur halt nicht für die kanadier 20 prozent ja das heißt hier hat man quasi die instrumente schon das ist ja wichtig um für die forderung man muss sie quasi nur ausweiten wenn man wollte und völlige Zustimmung dass die EZB indirekte Staatsfinanzierung betreibt hier ist wichtig also das war zuletzt im Bundestag als das Verfassungsgericht Urteil war ja auch nochmal Thema und die FDP also auch weil ich selber gesagt habe Mandat Preisstabilität könnte man überdenken vielleicht Finanzstabilität machen das ist gefährlich weil die EZB darf das im Moment ja nur machen vor dem Hintergrund dass sie sagt die Inflation sind so gering und wir müssen unser Ziel erreichen dafür müssen wir die Finanzierungskosten senken deswegen machen wir das sie macht es nicht um den Staat zu finanzieren sie macht das nicht um die Zinsaufschläge gering zu halten sondern für die Inflation wenn wir ihr das Mandat wegnehmen oder wie die FDP sagen das Mandat definieren wir um nicht mehr 2% sondern 0 bis 2% dann sehen wir realpolitisch wirklich alt aus weil wenn die EZB das nicht mehr machen darf und die Zinsaufschläge auf europäische Staatsanleihen explodieren vor allem für die südeuropäischen Länder da müssen wir aufpassen Gut aktuell haben wir keine Wortmeldungen mehr aber ich fände zum Abschluss nochmal ganz spannend wenn wir auf das Thema Josef hat schon angesprochen digitales Zentralbankgeld um mal kurz ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen wie ist denn da die grundsätzliche Position der MMT oder auch ganz persönlich von dir zu diesen Entwicklungen Ja also ich weiß wer sich interessiert ist Rohan Gray kein Ökonom sondern Legal Scholar aber natürlich alles an MMT drauf sich stark damit auseinandersetzen und glaube ich auch ein Buch dazu rausbringen will also da kann man vielleicht mein Auge offen halten sonst ist die Position der MMT also es ist keine große Debatte unter den Kelten und Co ja ich selber finde das durchaus sinnvoll dass man eine öffentliche Alternative dazu schafft ich finde Libra Diem und Co dürfen nicht zugelassen werden hier gibt es sozusagen also das Motiv dass man den Zahlungsverkehr groß vereinfacht ja das ist ja nur ein vorrangeschobenes Motiv um Daten zu sammeln bis zum geht nicht mehr und andere nicht ehrenwerte Motive zu erfüllen und das finde ich aus politischer Sicht nicht sinnvoll aus rein funktionaler Sicht ist natürlich ein digitales Bargeld im Vergleich zum normalen Bargeld ja also also die Banktransaktionen die wir heute tätigen ja da brauchen wir jetzt kein digitales Zentralbankgeld für also wenn wir alle Paypal nutzen einfacher kann es ja nicht werden also das ist der Nutzer für uns als als User was sag ich mal rein im Alltag die Verbesserung angeht ist nicht groß aber die Tatsache dass digitales Zentralbankgeld natürlich auch dann ein anderes Datenschutzniveau haben kann etc. das sind natürlich relevante Gründe wenngleich auch das hier mit dem Modell ganz klar zusammenhängt also wenn wir sagen es gibt eine Obergrenze auf Zentralbankkonten also es gibt eben Publikumsverkehr dann bei der Zentralbank wie Josef eben gesagt hat aber wir machen Obergrenzen die sich irgendwie an der Bargeldhaltung orientieren dann haben wir zum einen das Problem in Anführungszeichen was man mit Bargeld aber auch hat was man aber mit normalen Bankkonten nicht hat dass man es eben nicht überziehen kann also bisher hat man normale Überziehungsfazilität Dispo das kann man mit so einer Obergrenze natürlich nicht vereinbaren weil die Obergrenze dann irgendwann crasht das heißt die Leute müssen aktiv ihr Konto bei der Zentralbank was sie dann haben so managen wie sie Bargeld managen also abheben quasi Bargeld bevor sie es ausgeben und genau aber ich finde es auf jeden Fall sinnvoll dass auch sozusagen normales Bargeld auf jeden Fall als anonymes Zahlungsmittel weiter erhalten bleibt und da ist digitales Zentralbankgeld die Frage wie anonym man das bekommt oder wie man es auch machen will aber auf jeden Fall auch eine sinnvolle Alternative um das zumindest zu schützen also ich denke bei der Beibehaltung des Bargelds haben wir auf jeden Fall nochmal eine Gemeinsamkeit herausgearbeitet wir haben ja auch dazu umfangreiches Positionspapier erstellt zum Thema digitales Geld wo es natürlich auch einfach grundsätzlich darum geht wie sind die Design Principles am Ende des Tages ausgestaltet also wird es verzinst zumindest eine ganz wesentliche Frage aus meiner persönlichen Sicht sollte es kein Einfallstor hinten raus für für Negativzinsen werden wenn da eine volle Konvertierung beispielsweise möglich ist ein Großteil der Leute würde tatsächlich auf das sichere Konto umschwenken wollen gesetzt im Fall die Geschäftsbanken würden nicht entsprechenden Zinsangeboten nachziehen um attraktiver zu sein dann läuft natürlich schon Gefahr wenn man dann das Bargeld sukzessive weiter abschafft und die Entwicklungen sind ja erkenntlich dann kann so ein digitales Zentralbankgeld gegebenenfalls auch problematisch werden aus meiner Sicht weswegen man da auch immer die Ausgangsschallung abwägen muss Ja noch eine Ergänzung also wir haben ja heute eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro das heißt für die Mehrzahl der Leute ist zum Beispiel ein Zentralbank Geldkonto dann nicht wirklich sicherer als normales also Einlagen bei einer Zentralbank nicht wirklich sicherer als bei einer normalen Bank sofern man in der Einlagensicherung vertraut Insofern man der Einlagensicherung vertraut richtig nur in klimischen Krisen wenn dann doch ein bisschen größeres systemrelevantes Institut in die Schieflage kommt dann glaube ich nicht dass erfahrungsgemäß die Einlagensicherungsfonds ausreichen werden deswegen darf man das schon betrachten dann kommt natürlich die Wail-In-Regelung und dann wird es für manche ich werde nicht dazugehören aber für viele andere wird es dann ist dann potenziell unser Serios geht gut haben wir das Thema Digitales und Rabangeld auch noch gestritten ich von meiner Seite hätte keine weiteren Fragen mehr gibt es von dir noch was was dir wichtig wäre anzusprechen ne tatsächlich auch nicht nochmal die Entschuldigung dass der Input am Anfang zu lang war aber ansonsten finde ich es ja ganz nett dass wir wirklich einige Gemeinsamkeiten rausgearbeitet haben auch nochmal die Punkte den ich wirklich unterstrichen will ist eben also Finanzialisierung oder realwirtschaftlich ja da haben wir Konsens dass politisch natürlich realwirtschaftlich das viel relevantere ist aber die MMT kommunikativ eher das andere bespielt daher kommt wahrscheinlich da die Kritik und das ist dann auch kommunikativ ist meine meines Erachtens eine berechtigte Kritik ja Point taken genau aber darum Verständnis zu schaffen ist halt ja welchen Schwerpunkt man setzt und sonst ist die Hauptbotschaft von mir also vieles was Vollgeld fordert haben wir schon weil also Helikoptergeld und monetäre Staatsfinanzierung funktional keine großen Verbesserungen zum Status Quo bringen so wie es zumindest das System aufgestellt ist ja dann bedanke ich mich auch bei dir ich glaube trotzdem dass die Grundlagen oder die Impulse die du in der Vortrag einfach nochmal aufgeführt hast für vieles nochmal hilfreich war auch verständlich dass wir jetzt am Ende des Abends eineinhalb Stunden nicht da sitzen und sagen wir wechseln jetzt einfach die Seiten aber er hätte es gedacht das kann auch nicht der Anspruch sein dafür hat sich dann doch hoffentlich jeder auch einen guten erkenntnis theoretischen stock aufgebaut und eine Argumentation warum er vertritt was er vertritt das ist auch gut und wichtig aber ich glaube dass es schön ist wenn man einen Dialog angeregt hat auch in dem persönlichen Rahmen auch wenn das über digitale Tool immer so semi klappt aber das ist glaube ich ein wichtiger Baustein denn wie eingangs gesagt ich glaube viele Grundimpulse gehen in die gleiche Richtung und im Detail muss man streiten und das kann man aber auch verschiedene Arten und Weisen tun und wenn wir glaube ich so diskutieren wie heute und das auch perspektivisch so ein bisschen weitertragen ist da mit Sicherheit viel geholfen Zustimmung Super Boris dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich und für alle Teilnehmer auch vielen Dank wir werden das Ganze uploaden natürlich die Tage auf unserem YouTube-Kanal und auf unserem Blog und dann auf weitere Gemeinsamkeiten wenn es so umgeht dass man das Geld doch mehr im Sinne der Realwirtschaft und der Gesellschaft stellen kann Absolut alles Gute und bleibt vor allem gesund ebenso okay bye bye okay Amen.